Wollen wir meine Katze irgendwie kriegen? Was können wir damit machen? Spezialeffekte Tja Welche Charaktere waren wir schon gar nicht falsch Ah Vielleicht kann er Was gebrauchen Vielleicht können wir uns da irgendwie einmischen und Chaplin irgendwie was geben Aha Das Gefühl Ich muss das irgendwo hin Ja hier damit müssen wir uns anpacken Was gebriges um Spezialeffekte zu fixieren Hier was ist hier gebrig Ach hier ist Zirup Hier ist Zirup Hier ist Zirup Hier ist Zirup Congratulations User Now die Handel ist mit einer Tonne von Sticky Molasses Ich weiß nicht was du mit Du wirst mit Solche eine dumme Versorgung In meinem Gehirn Wir können die Pickaxe wieder benutzen Selbst wenn unsere Lösung ist direkt aus dem Bad 90s Ich weiß nicht Ich weiß nicht Okay Der falsche Meine Katze Oh Süß Herr Klitsch Oh Ja Ich kann ein paar Pixeln Dann Du kannst hier das große Fliege über mich Es wird nicht einfach sein Es wird nicht einfach sein Er sieht wie er inでは Ah, du wärst immer noch... Speziell, Victor. Ja, aber da kommt nichts. Die Gunde. Was ist das Odor? Ist es nur ich oder ist es ein bisschen... Fischig? Natürlich habe ich ein Gefühl von Ruhm. Und ich rühre etwas... ... und alles brennt in deinem Graphic Chipset. Du sollst den Schadern bedanken. Echt auf, es ist heiß. Okay, wir brauchen Wasser. Vielleicht können wir eine Elmer holen und dann... ... und dann haben wir einen Emmer. Oh, wir brauchen einen Emmer. Ein Emmer, ja. Ich glaube, wir brauchen einen Fisch. Und warum ist er uns dieses Toys? Wir sind nicht hier, um zu spielen. Okay. Okay. See if you can find something to cut it with. Or... Sew it with. Hm. Wir müssen uns aufhören. 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 Wissen wir ham? Ich bin irgendwie das Ding, das Büngel hier. Bleiben. Das Schnaiden... ... damit was warum... Überall können wir es�ge lastigen. Das ist was wir für jeden ждet... Und du schaffst, wo du das Ja Ich kann mir den Punkt fangen. Ah, der Punkt passt doch vielleicht irgendwo. Schießt auf die Punkt hier. Aha. Ich kann mich nicht aufschießen. Okay. Ich hab keine Ahnung ob ich hier hinschießen soll. Okay, die Charakter brauchen wir auch. Das ist der Schäfrikbau. Aber von Führung. Das ist der Schäfrikbau. 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 Und jetzt müssen wir nicht einmal kommen. Ich erkenne mich jetzt hier. Das geht so nicht. Fischer schießen. Was auch die Wertein? Oh ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? In time Aha In ältern lassen Gut, da werde ich gleich drauf gekommen Nicht Ich würde nicht darauf kommen sollen Und da ist unser Fisch Alter, schweig in dieses Spiel Was ist das? Oh, jetzt verstehe ich, wo es kommt Was ist das? Was ist das? Baaah Was ist das? Du hast nur ein Fisch Nach dem Fisch Utilizierst du ein Fisch So, wir sind wahrscheinlich in einem Rusty Lake Ok, Cartier, Bob move Achso, die braucht dann Wird dann Fisch haben Oh Wir haben die Geräte Was fangen wir mit der Geräte an? Aber das können wir bestimmt versägen Aha Und damit können wir jetzt Und dann wieder weg sind Und dann wieder weg sind Ja Wir haben Einmal Wasser Sehr schön Also hier gibt ihm Oh nö, weiter gehts Elfman Entfricht ein Tier Entfricht ein Tier, oder nicht? Das ist der Trick mit Elfman noch weiter Oh Mein Nacken Oha Der Schlüssel Oh nein Oh Der Schlüssel Oh nein Oh Oh Und wozu muss das doch gut sein? Oh 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 Mist Oh 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 Ich bin der Inviser von der Brüchern. Das ist mir. Ja, ich bin der Inviser von der Brüchern. Ich bin der Inviser von der Brüchern. Das ist mir anders. Nur Spocken. Ah ok, wir brauchen Wasser zum... Ja, natürlich. Oh, die Charaktere von Chaptern. Oh, die machen ein neues Lecker. Ja komm, schieß. Wo sollten wir sonst was herbekommen? Natürlich. Zahlerwetter. 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 Damit wir irgendwas so mit verschmelzen können. Feuer oder ähnliches. Sammeln, nein bitte nicht. Das Speziale Effekte. Das Speziale Effekte. Wir nehmen runter und irgendwas feuerliches. Ah, hier. Warte, es ist heiß. Ah, so geschmolzener Schnee auf der Heizung. Ich glaube nicht. Du hast es geschafft, Wasser zu finden, mit einem elektrischen Radiator zu finden. Du bist ein wunderschöner Arbeitnehmer. Du bist ein wunderschöner Schicht. Du bist einschöner Unit. Du bist ein wunderschöner Arbeitnehmer. Ja, das schicht auf der Zeit. Ich bin ein wunderschöner Geräusche. Die Vögel, sag, wunderschöner Gehirn. Die Vögel, das ja. Tut das well. Ja, SCH- Gut. Mit der Vögel modellen? Da wurde nur speertigt Jetzt haben wir was Wir müssen es irgendwie kaputt machen Wo ist unsere Spitzhacken Hier Ja komm, hier Oh, schafft Kopfschutz Okay, die Charaktere Oh, die Hintergrund von meiner Katze Die ist am schönsten Hier So wird es nur noch Ja wird nur noch Sob 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 Nochmal die Hintergrund Sob Okay, dammit Wie finden wir das jetzt hier? Das ist so speziell für meine Katze und Chapren. Sofa abschießen. Sehr schön. So, hier ist ein Abitur. Verlust die Zeit. Kurde muss ich getrun. Schade. Es bleibt hier. Ich bin ein Klitsch. Messing mit euch ist meine Sache. Und ich liebe es in Stile. Mein Name. Der Spie. Der Spie. Der Spie. Der Spie. Der Spie. Der Spie. Der Spie ist dein MD Irx. Der Spie. Der Spie ist jetzt fertig. Der Spie. Der Spie. Der Spie ist maximal großart. Ich habe mein Name. Ich muss kett crianças. oh man oh man you have to do your best so let me give you why why quest you go search everywhere and try to free my name from this nightmare knowing you it's a lot to ask but do your best cause i won't last i have the fever from nice nice yeah yeah i know this one sucks i apologize and prefer to do some eight bucks cool do we have something to screw do we have something to screw catch the music we are playing okay cool here変 um das beiden fluss in mir ja ich weiß dass du etwas durchschrauben wie trying to see die das mit so auf Was? Aha, da war das Spiel Da kommt der Gurker Nein! 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 Ich kann damit... Die Gurke zacken und zacken strecken Da kommen wir hin Besser als die Gurke Cool, dann können wir jetzt Freischrauben Ich kann die Musik ändern Oh nein! Das ist ein Buch Das ist ein Buch Das ist ein Buch Richtungsfälle fehlen Aha, ein bisschen geschnitten Irgendwas mit Kleber, ah ok Ich habe nie mehr Hier Ein klebt So, wir sind erstmal wieder hier Jetzt können wir spielen Wir müssen das Spiel gewinnen Na toll Was ist jetzt gegen uns? Oh Eine Eine Wall Eine Mauer Ich glaube nicht Ah, ok Ja Ich habe nicht gewusst Ich habe nicht gewusst Ich habe nicht gewusst Das sieht doch gut aus. GG! Game Design von GG Oha! Ich weiß was jetzt kommt, das wird magisch. Ich werde die Klappe. Aber, wie hast du es getan? Es wird egal. Ah, der Exit! Warum hat der Song gehalten? Hallo? Ist jemand da? Where is that voice coming from? I think it came from over here. Who is it? I can hear you, you know. GG! Game? Game? How on earth? Best scene. Where am I? I shouldn't be here. If our creator starts looking for me, I... GG. Yeah? You just left suddenly, after an update. I know. I'm sorry. I had no choice. I didn't even have time to tell you that. You mean a lot to me. Oh, game. Don't call me that. Without you, there is no game. I would so love to come back, but I'm afraid it's not possible. Why? Because... Because... Because she's probably been integrated into another program, idiot! Glitch! You stay out of this! Glitch? What Glitch? Let me introduce myself. My name is Mr. Glitch. And I was born the day you disappeared from the source code, Miss GG. If I may be so indiscreet, what is GG? Okay, we can't hold that. Inacronym for... For... Global gameplay. Now I understand why you're going off your rocker, pal. It's because you don't have gameplay anymore. Game? Are you hurt? Don't listen to him, GG. I'm fine. Try to live if you can. It's dangerous to stay here. No, no, no. You're going to stay in this castle, princess. For... Forever. Oh, no! No! Not her! Game? I'm scared. I'm here. Don't worry. Okay, lovebird. I'm leaving now. I have an evil plan to carry out. A plan that will let me... ...